Jo, hallo und willkommen zum Screenshot-Simulator und ich bin schon unterwegs und hab mir ein bisschen Essen mitgenommen. Da ich nicht weiß, wie viel dieser Party-Gordo zu essen will, hab ich mir einfach mal reichlich was in die Hosentasche gesteckt. Und wir haben via Twitter ein paar Informationen bekommen. Äh, und zwar soll er sich irgendwo in diesem einen Feuer-Indigo-Bereich sein. Äh, ich suche jetzt aber gerade einen Teleporter, der dorthin führt. Äh, ich glaube, der war hinten da, wo, äh, lass mich raten, da wo dieser eine große, äh, blaue Gordo war. Ich glaub schon, dass dort einer war. Ich weiß es nicht. Aber ich glaub da, wir sind schon hier richtig. Dann wird's halt, äh, auch wieder interessant. Finde den Party-Gordo. Äh, und... Ja, ich schätze, wir werden ihn schon finden. Ansonsten kann ich ja immer noch ein bisschen was rauskacken, wenn ich halt zu lange suche. Ähm, das ist ja kein... Au, 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 au. Au. Oh, 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 oh. Kumpel, ganz ruhig. Ah ja, hier ist der Teleporter. Genau, hier rein. Äh, und wir sind auch schon im richtigen Gebiet. Das ist super. Äh, äh, die Frage ist ja jetzt nur, wo, wo er halt ist. Hier ist er nicht. Der kann halt wirklich überall versteckt sein. Und... Äh... Oh! Okay. Also ich hätte wirklich gedacht, dass es... Okay. Friss. What? Er ist schon fertig? Oh, okay. Und du dachtest, Slimes könnten nicht großartiger werden. Ja, die Frage ist, ich muss ganz so zeuglos werden. Was zum Teufel macht denn der? Habt ihr das gerade gesehen? Der hat Selbstmord gemacht. Und noch einer. Scheint heute ab... Au! Warum springen denn die alle ins Wasser? No, 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 no. Alles möchte ich behalten. Ich hab jetzt diese witzigen Brillen auf. Die möchte ich gerne mitnehmen. Mitnehmen. Uh, diese Ornamente. Wie gesagt, ich hab zum ersten Mal solche Ornamente. Äh... Ich hab aber die Befürchtung, ich hab zu wenig Platz. Kann ich die grünen noch mitnehmen? Ne. Ich hab... Oh, die fliegen richtig in der Luft. Okay. Wieder ein grüner. Oh, ein blaues. Und noch ein blaues. Aber wir haben ein goldenes Ornament. Das ist ja schon mal was, oder? Ich weiß nicht, die scheinen anscheinend selten zu sein. Ich hab mich da auch jetzt... Äh... Jetzt nicht wirklich irgendwie erkundigt. Ähm... Aber ich würde das jetzt einfach wirklich jedes Wochenende mal mitmachen. Einfach mal aus Prinzip. Ja. Und... Weil die sind schon ziemlich süß, ja. Und da kann man schön dekorieren. Ich müsste so oder so auch noch mal in diesen, äh... Quantenbereich. In dieses Quantengebiet. Weil ich nämlich diese... Keine Ahnung. Diese Lichter haben möchte. Okay. Hier brauch ich... Was ist denn das? Nein. Hier ist noch ein Gordo. Ach, sieh einer an. Okay. Hier ist ein Teleporter. Führt er mich nach Hause? Äh... Das ist nicht zu Hause. Wo bin ich hier? Äh... Ja, hier. Ach ja, im Übrigen achtet nicht auf die Münzen. Ich sag das jetzt nochmal. Äh... Ja. Das hab ich schon in der letzten Folge gesagt gehabt, wo da der Schuh hängt. Ähm... Aber ich glaub, es ist so oder so auch, äh... Äh... Möglichst so viel... Aua. Geschickt ausgewichen hier. Ähm... Die Frage ist jetzt, wie komm ich eigentlich wieder zurück nach Hause? Ich brauch irgendwo einen Teleporter, der mich nach Hause transportiert wieder. Das wäre nice. Okay, hier geht's nur nach unten und in den sicheren Tod. Äh... Hier geht's nicht lang. Okay, hier ist schon Feierabend. Ich könnte dort rüber. Na. Geschafft. Super. Ich mag das, wenn Nacht ist. Weil dann glitzert alles so schön. Und ich hab's ja schon einmal gesagt, Slime Ranger ist einfach wirklich ein Spiel, das wo man halt wirklich die Seele baumeln kann, lassen können, bla 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 bla. Ja, mein. Gefunden. Dankeschön. So, wir sind hier. Okay. What the fuck? Ist los mit diesen Selbstmord-Slimes? Hm. So. Okay, nee, ich dachte, da wäre irgendwas, aber es war nur Wasser und der Puddle-Slime. So, hier in der Höhle. Wo ist denn die Höhle? Hier ist die Höhle. Da war ein Teleporter drin, der mich eigentlich nach Hause führt. Lege ich richtig? Ich lege immer richtig. Ich habe immer recht. So. Ähm. Und? Nein. Ah, okay. Keine Ahnung, wo wir jetzt... Nein! Och, nö! Och, nö! Och, nö! Okay, dann hätte ich mir... Hätte ich das gewusst, dass dort hinten der Teleporter ist, dann hätte ich mir den ganzen Weg erspart. Aber hey, ist in Ordnung. So, wie platziere ich die Teile am besten? Ich glaube, das Goldene mache ich oben oder so hin und die Grünen hier so an den... Genau, das müsste irgendwie schon passen. So. Das Goldene... Örgh. Mehr. Genau, so in der Mitte. Ja, und dann die Blauen. Äh, nee, das waren nicht die Blauen. Jetzt habe ich die Blauen. Genau. Ja, auch so leicht versetzt. Ah, wohl. Naja, egal. Hier noch einen Blauen. Und da. Ach, die schweben jetzt in der Luft, ne? Äh, nee. Das soll schon irgendwie hier so... dran sein. What? What? Okay. Ich frage nicht, was passiert ist. Ähm, so. Na toll. Jetzt ist es total durcheinander. Wo soll ich denn die jetzt noch hinklatschen? Vielleicht vor der Tür. Hier, hier so irgendwo. Boah. Zack. Und hier das Blaue. Joa, ist doch auch mal ganz nett. Gut. Dann würde ich sagen, zum Abschluss gehen wir noch in... Äh, in... 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 Dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich. Zum Abschluss gehen wir noch mal zum Radiation. Au, 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 au. Au, au, au. Okay, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder im grünen Wunder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.